Das siebte Bild Jaguaron Die Arbeiten der Missionäre waren nicht vergeblich. Das erlernte Handwerk überlebte die dunkle Zeit der Unterdrückung. Unter der Führung des Frantiskaner Frei Alonso von Buenaventura entstand aus den indianischen Händen 1600 ein wunderschönes Bauwerk, die leicht wirkende, prächtige Holzkirche in Jaguaron. Die Musik will die damalige Hoffnung und positive Erwartung ausdrücken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020